hey leute und willkommen zu let's play hero 0 server 20 es ist gerade sonntag morgens und ich dachte mir jetzt mache ich ein video jetzt habe ich bock warum auch nicht vor allem muss ich sowieso skillen und ja schauen wir mal kurz falls euch wundert ich habe noch eine schiene auf deswegen rede ich bisschen anders kommt vielleicht so rüber ja die skillcon dies gerade und ihr wisst was das heißt ich habe jetzt so lange gespart jetzt ist es zeit endlich alle meine skills zu verbessern aber zuerst müssen wir trainieren das ist wichtiger es ist gerade ich glaube sieben uhr ist es sonntag 7 uhr 17 ich hatte aber keinen bock des mittags zu machen wenn es wärmer wird jetzt noch gerade jetzt ist es noch ganz angenehm deswegen mache ich das jetzt ich muss meine sachen verkaufen habe ich nämlich noch ein bisschen mehr geld zum gehen ist ja logisch habe ich noch was das hier habe ich nur das hier haben auch den hammer wir benutzen ein weil ich werde auch wissen auf krafts gehen so erstmal noch kurz warten bis die mission fertig ist ich habe auch erst acht energie verbraucht ach wir nehmen lange an ist egal ich nehme immer lange an habe ich noch paske das hier habe ich noch ein bisschen die märchen ein okay wir haben 383 millionen münzen gespart jetzt nutzen wir die auch mal wir skalen erstmal kraft auf ungefähr ja immer 4 millionen die stellen auf einmal die jungen runter gehen wenn man erstmal 4 millionen hat oder wir machen auf 4,5 jetzt machen wir die anderen alle auf 3 das musste klappen ja selbst klappt es so 3 das geld geht so schnell runter ne oh mein gott ich hatte gerade noch über 300 millionen und jetzt einfach noch 155 das muss ich nicht so ja okay wir machen nochmal hier so ok jetzt noch 100 millionen machen wir auf 3,3 3 und 3,3 ok noch 63 millionen das geht jetzt immer alles gleich so ok 3,5 haben wir geschafft ich habe das noch alles 3,6 ich mache lieber doch komm ich schaffe es ja perfekt ne doch nicht ähm jetzt muss ich kurz gucken wie viel die kosten ok ich muss den Fuß gehen oh mein gott ich habe kein geld mehr jetzt würde ich sagen benutzen wir den hammer ähm ich will 500 haben oder machen wir machen wir 400 ich will 400 habe ich gesagt wieso geht das nicht so 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 ach das ist ein bisschen komisch 567 ähm wir machen mal auf krips ach komm ich gib es einfach ein 7500 will ich hier haben noch 88 noch 88 ich will genau hier 7000 haben und dann machen wir noch die 71 auf krips so neu verteilen ja perfekt nice ähm jetzt haben wir neue helden taten freigeschaltet nehme ich an bestimmt gucken wir mal kurz 200 millionen und 300 millionen perfekt 20 fähigkeitspünktchen und 10 donuts nice und die 20 benutze ich jetzt hierfür so so gucken wir mal in der rangliste auf welchen platz wir sind im wahren turnier jetzt sind wir platz 8 und in der solokon 36 krass ich hätte jetzt schon gedacht ich wäre in den top 10 oder so ne ich habe wirklich fast 400 millionen gespart und trotzdem nur platz 36 es liegt wahrscheinlich daran dass hier alle vor mir wenn ich mal gucke alles spieler sind die wahrscheinlich davor noch nicht gespielt haben wenn ich sehe ja also es doch sunshine ist sogar vor mir hellen blitz ja ich sag mal schafer auch nice toral boah es hat sich doch schon gelohnt zu sparen muss ich sagen weil im endeffekt ja kommt drauf an wenn du gewinnen willst die ganze zeit dann nicht voll skillen ne aber für die con ist es besser wenn man spart und jetzt spare ich wahrscheinlich wieder bis zur nächsten con ist ja logisch äh so ja ein bisschen geskillt und jetzt wegen server 21 hat mich einer angeschrieben der wird da gern was zeigen gucken wir uns mal also das ist der hava der sucht leute für sein team auf server 21 hallo youtube ich suche noch ein team für server 21 server 21 kommt ich denke ende dieses jahres winter herbst so rum wahrscheinlich herbst eher mal gucken müsste bald kommen ich weiß noch nicht wann ähm das sind die sachen die ich euch bieten kann ich rotiere achso habe ich gerade gesagt er macht ein team auf ähm er sucht ein team steht hier ja ähm erstmal lesen dann reden ich rotiere 100 prozent münzspenden 100 prozent ah ok äh ein lustiger teamplayer jede menge spaß und natürlich erfahrung seit server 6 das ist gut wenn dich das überzeugt hat schreib es in die kommentare oder mir in hz schönen tag euch alles klar ps bin gerade im urlaub und schreibe über handy also wenn du das übers handy schaffst zu schreiben respekt ich weiß wie es am handy ist zu schreiben es ist unglaublich äh das ist nicht toll am handy überhaupt nicht deswegen es ist recht gelungen fürs handy deswegen nicht über rechtschreibfehler wundern ja also falls ihr noch jemanden braucht der haba ist da der sucht ein team könnt ihr gerne schreiben ich denke der wird sich freuen ähm falls noch andere noch ein team suchen oder ein team machen schreibt mir einfach ich stelle es euch gerne vor äh kein problem so mission läuft ah ich habe zweimal das hier jeweils ich mache das jetzt rein oh ne 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 das waschen wir nochmal kurz ich will keine kraft verlieren ich habe schon so wenig kraft ach lassen wir das einfach das verkaufe ich einfach und das auch und das auch brauche ich nicht den Anzug nehme ich aber gerne auch minus kraft so ich werde grad noch machen und sehr gut ah mache ich dann später ähm ja das war's heute ich wollte ein bisschen skillen einfach mal ähm zeigen wie schnell die Millionen weg gehen jetzt kosten jeder skill 366.000 wahrscheinlich immer noch wenig für einige ich will gar nicht wissen wie teuer die skills da mittlerweile schon sind ähm ja ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns bald nehme ich an also haut rein und ciao ciao 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7